Nee, 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 auch nee, nee. Wir können ja mal versuchen, aber ich glaube, das wird nix, ey. Holen wir mal, so, pass auf. Ey, ich sehe einfach gar nix, ich sehe gar nix, Junge. Ja, geh doch weg mit der Schrift. Digga, ich sehe gar nix. Ah, da ist ein Baum, ey. Nicht umdrehen, nicht umdrehen, nicht umdrehen. Keine Irre, der Jesko, Junge. Ja, ist geil. Echt, ich glaube, wir müssen warten, bis hell ist, Alter. Lass uns ein, lass uns ein paar andere Rennen kurz fahren, Alter. Das ist ja heulig. Was für Rentneraugen, Digga, das ist doch voll dunkel gewesen. Du hast gar nix gesehen. Eine Ewigkeit später. Jetzt sieht man wenigstens was hier, Digga, das ist schon mal gut. Also jetzt könnte es was werden. Jetzt ein bisschen Lack, Digga. Könnte das was werden. Ja, geht schon, geht schon los mit dem Lack. Geht schon los. Danke für gar nix. Ja, moin. Ja, moin. Ja, moin. Ja, moin. Ja, ja. Och, Mann. Boah, Digga, der hat doch keine Irre, der Wagen heute, ne? Schmutz. Ich glaube, wenn man hier durch den scheiß Wald durch ist, dann ist das, glaube ich, viel einfacher danach, ne? Aber du musst hier erst mal durchkommen, ey. Wenn du ganz viel Glück hast, dann fliegst du hier perfekt durch. Aber so viel Glück haben wir heute nicht. Bau. Bau. Oh, Junge. Nicht umdrehen, du Junge. Och, komm schon. Hallo. Ich will wenigstens einmal auf die Sand-Scheiße jetzt kommen, Mann. Zieh, 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 die Zone kommt, die Zone kommt. Ach. Fahr mit Regera. Hast du gekifft, oder was? War doch kein, äh, Regera, Junge. Yes, go rules. Easy. Hat auch nix mit dem Auto zu tun, hier, die Flucht. Einfach nur einmal Glück haben. Ah, der Nitro-Sound ist einfach mal weg. Nitro-Sound ist Rack, äh, ist RIP. Ey, dreh dich oben, bitte. Ey, Junge. Ey, was ist denn das für ein Schmutz? Wer hat sich das ausgedacht, Digga? Wer hat sich das ausgedacht? Ich will wissen, wer das war, Junge. Dann frage ich mal, was er sich dabei gedacht hat. Mein Gott. Wir fahren nochmal ein bisschen hier so mittig. Ich glaube, da war vorhin besser. Ja, hier so. Boah, nicht in den Bauch. Danke. Ja, 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 ja. Nein. Oh. Danke. Ob den letzten nervig ist, die Scheißkabel. Och, Bruder, jetzt. Ja, sauber. Ich brauche einen Sprung, sonst will ich nicht schneller. Ja, 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 ja. Jawohl, Ski, Junge. Zieh. Was ne Flucht, Junge. Was ne Dulli-Flucht, Alter. Denn, 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 denn. Da ist die Salzwüste. Da, hinter, ist sie noch. Yo, ein Backflip noch. Und jetzt, let's go, Junge. Boah, die Zone kommt aber von rechts. Scheiße. Piss dich. Ich glaube, wir fahren... Äh, schaffen wir das mit so einem Berg, Alter? Ui, komm, schnell, schnell, schnell. Ich glaube, die Zone kommt gerade nicht näher. Sauber. Sauber, sauber, sauber. Ehre, ehre. Ich glaube, die Zone kommt nicht näher. Boah, wir dürfen jetzt keinen Unfall bauen, ne? Ey, nein! Fahr, Junge, Fahr, Junge, Fahr, Junge. Ach, der. Ja. Ah, das war so gut bis hierhin. Jetzt kein Unfall bauen. Batsch. Voll rein. Jetzt wird's einfach wieder dunkel. Ah, komm, einmal müssen wir das jetzt noch schaffen, Alter. Ich will einmal so weit kommen, wie es irgendwie geht. Bis die Zone mich von selber einholt. So weit möchte ich jetzt hier kommen. Die Zone muss mich von selber einholen. Nicht umdrehen. Nein! Ja! Ja! Oh, nee! Ja! Sauber! Alter! Ey, Mann! Wer hat den Baum da hingestellt? Muss ich einmal gut durchkommen, Digga? Dann läuft das. Was ist eine Flipperkugel? Ja, Mann. Ja, Mann. Ah! Wir können es richtig weit schaffen, glaube ich, wir können es richtig weit schaffen. Leonard, also bei dir werde ich mir nicht bedanken für den Zapf. Ey! Nein, nein, warte doch kurz. Ach, nee, geh mehr, Alter. Wir schaffen das, Freunde, warte. Wir kommen da gleich irgendwann perfekt durch, Alter, und dann läuft das. Ja, 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 nein! Ja, ich glaube, das geht noch, oder? Ja, sauber, 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 Junge! Ja, 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 das geht noch, das geht noch. Warte, wir nehmen direkt den Berg hier mit, Alter. Ich habe kein Nitrum hier, Alter, scheiße! So, jetzt, yalla! Yalla, hbbb, hbbb, mach schneller! Perfekt, perfekt! Oh, nee, dreh dich jetzt nicht um, nur Ehrenlose, scheiße! Dreh dich jetzt nicht um! Nein, 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 nein! Ich habe so das Gefühl, jetzt schaffen wir das, pass auf! Sonne ist auch noch, perfekt! Jetzt pass auf! Pass auf, Junge! Ey, 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 ey! Komm, einmal ein bisschen Glück haben hier, komm, yalla! Gönnen! Gönnen, Bruder! Ich glaube, er gönnt, Alter, ich glaube, er gönnt! Der gönnt, Bruder! Komm schon, komm schon! Nein, dreh dich um! Nicht umdrehen, Digga! Warum? Oh, Dreh! Jetzt schnell, wir können es auch schaffen, wir können es auch schaffen! Wir können es auch schaffen! Du darfst dich nur nicht umdrehen, der Pimmel! Boah. Boah. Nein, nicht in die falsche... Oha, Digga, nein. Boah, diese 31er. Ey, ich schwebe immer so gut, ne? So komme ich da nicht nochmal durch, Alter. Hier ist kein Sprung mehr in der Nähe. Ah, Brudi. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Nein. Ey, Mann, mach doch nicht die Schildkröte, du Pimmel. Zu spät hier gewesen. Ah, mein Gott. Ey, ich schwöre, es ist der gleiche Wichserstein, wie wir vorhin berührt haben, Alter. Das war derselbe Stein, ich schwöre es dir, Alter. Ey, Mann, das kann doch nicht sein. Ja, Leute, das kann ein bisschen dauern. Ich gehe so lange pinkeln. Hä? Fertig, oder was? Wer hat das schon wieder aktiviert, Dinger? Der GameHatcher. Oh, da kann man noch nichts von erwarten, von dem, ey. So ist schön, so ist schön. Ja, genau, weiter so. Oh, da kommt ein großer Berg, Alter, perfekt. Uh, ja. Oh, ja. Schön, schön. Nein. Ey. Dreh dich andersrum. Stille, 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 stille. Digga, nein. Ach, Mann. Letzte Mal, Alter. Ohne Scheiß. Ey, verpiss dich. Guck mal, womit steht der denn hier? Ah. Okay, letzte Mal. Jetzt letzte Mal ohne Scheiß. Dann ist es dann eigentlich kein Bock mehr. 2000 Jahre später. Untertitelung. BR 2018